Entschuldigung Oh, was soll denn da? Tut mir leid Hi, ich bin Polly Meine Freundin und ich wollten heute im Pollyville Vergnügungspark einen entspannten Tag verbringen Hey, pass doch auf! Aber natürlich kam es nicht dazu und das lag an einem kleinen... Er ist da unten, am Strand Ich hab ihn gerade am anderen Ende der Promenade gesehen Wartet, da ist er! Da ist das Hühnchen Ich weiß, bestimmt seid ihr jetzt etwas verwirrt Genau wie ich Und so hat alles angefangen Lasst uns mit dem Riesenrad fahren Aber erst nach der Achterbahn Aber vergiss nicht, du hast versprochen, dass wir Zeit hätten, unten am Strand seltene Muscheln zu suchen Ach, wie süß! Ein Welpe! Ja, aber was sucht er hier im Vergnügungspark? Und so ganz allein Ist nur eine Theorie, aber am logischsten scheint mir, dass er entlaufen ist Ich würde sagen, das ist mehr als nur eine Theorie, Shawnee Sieh nur, er ist entlaufen Ach du Schreck, wir müssen ihm helfen, wieder nach Hause zu kommen Mal sehen, ob er zutraulich ist Sieht so aus! Der Kleine will spielen! Ja, scheint will er mit uns Verstecken spielen Schau mal, wie du aussiehst! Schau dich mal an! Ihr beiden solltet lieber nach dem Hündchen Ausschau halten Da ist es! Nein, Lea! Es ist da! Nein, Chrissy! Es ist da drüben! Man könnte fast denken, es gäbe mehr als ein Hündchen hier drin Das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung durch die vielen Spiegel Aber wie werden wir es hier drin dann bloß finden? Nicht mehr nötig Weil der Kleine längst nicht mehr hier drin ist Kommt mit! Da ist es! So, jetzt haben wir dich Moment, wo ist es denn jetzt hin? Da! Wie macht er das nur? Großes Fragezeichen! Nach meiner Kenntnis ist kein Säugetier zu so etwas in der Lage Seht doch! Aber, aber, wie ist es so schnell ganz darüber gekommen? Wie auch immer Schnapp ihn dir! Oh nein, sag mir, dass das nicht wahr ist Ich kann's dir sagen, aber das ändert nichts an den Tatsachen Oh nein, wie kriegen wir es nur von da oben wieder runter? Ich weiß wie! Los, kommt! Von der höchsten Stelle des Riesenrads aus können wir das Hündchen gut erreichen Ich glaube es nicht Jetzt ist es auf der Promenade da drüben Wie ist es so schnell dorthin gekommen? Moment, seht nur Oh, und jetzt ist es schon wieder dort oben Kommt mit! Wartet! Wir laufen hier wie aufgescheuchte Hühner herum und erreichen rein gar nichts Um den Hund einzufangen, brauchen wir eine Strategie Lea, du bist unsere Expertin für Haustiere, hast du eine Idee? Äh, ja, ich hab eine Ich weiß wie wir das Hündchen schnappen Statt hinter ihn herzurennen, locken wir es einfach her Mit diesem Leckerli Hey, Böschchen Komm schön runter Machst du Popcorn? Es ist lecker Na nun, das Popcorn ist weg Eine tolle Strategie Los, weiter Er läuft da unten, am Strand Ich hab ihn gerade auf der anderen Seite der Promenade gesehen Wartet, da ist es Da ist das Hündchen So, und jetzt wisst ihr alles, was ich auch weiß Und das ist nicht viel Die ganze Sache ist ziemlich unheimlich Es ist fast so, als könnte dieser Hund an zwei Orten gleichzeitig sein Aber das ist doch unmöglich, oder? Okay Okay Ups Tut mir leid, wegen des Lärms Es hat die Farbe verschüttet Hey, ich sagte doch, es tut mir leid Nein, 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 es ist toll, dass die Farbe verschüttet ist Weil das Hündchen hindurchgetappt ist Jetzt brauchen wir nur, seiner Spur zu folgen Deine Pfotenabdrücke führen direkt zum Strand Das ist fast zu einfach Er hat die Promenade dort unterquert Ja, und dann ist er dort wieder rausgekommen Kommt Behaltet die Spur fest im Auge Wenn wir immer den Abdrücken folgen, hat er keine Chance, uns wieder abzuschütteln Äh, vielleicht schon Ach du meine Güte Es läuft hier nur ab Ich habe keinen Schimmer Nur eins weiß ich sicher Wir werden das Hündchen finden Wir müssen uns nur aufteilen und allen Spuren folgen Chrissy? Pally, ich sehe das Hündchen Es ist wieder auf der Promenade, in der Nähe der Spiele Ich bin gleich da Lea, ich bin unterwegs zu Chrissy, sie hat das Hündchen gleich Chrissy? Aber das Hündchen ist hier Es läuft am Strand vor mir her Ach ja? Ist das so? Okay, warte, ich bin sofort bei dir Leila, ich bin gerade ziemlich beschäftigt So beschäftigt, um das Hündchen zu fangen? Es sitzt hier, an der Achterbahn Aber wie kann es? Lass nur, ich komme zu dir Pally, komm zum Riesenrad Und zwar schnell Das Hündchen ist hier Aber Shawnee, Leila hat es an der Achterbahn gesehen Hä? Keine Ahnung, warum Leila so etwas sagt Aber ich habe es hier direkt vor meiner Nase Siehst du? Ohne jeden Zweifel Gut gemacht, Shawnee Lea, Leila, Chrissy Kommt schnell her zu uns Äh, ja würde ich ja, aber das Hündchen sitzt hier direkt vor mir Du meine Güte, das kann irgendwie nicht sein, denn ich sehe es hier direkt vor mir Ich glaube, ihr braucht Allah eine Brille Aber erst nachdem ihr mir hier geholfen habt, das Hündchen zu fangen Es ist direkt vor mir Aber wie kann das sein? Wir beide sehen es doch hier Die Logik besagt, dass sich die anderen irren müssen Gut möglich, dass sie durch das lange Herumlaufen in der Sonne einen leichten Sonnenstich bekommen haben Und das kann zu Halluzinationen führen Hä? Pally? Es ist absolut unmöglich, dass Chrissy, Lea und Leila alle gleichzeitig das Hündchen sehen Weil Shawnee und ich es doch auch vor der Nase hatten Aber ich vertraue allen meinen Freunden viel zu sehr, um Zweifel an ihnen zu haben Selbst, wenn sie Sachen sagen, die unmöglich sind Also vergesse ich einfach mal, was unmöglich ist und was nicht Und betrachte die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive Und von hier oben habe ich wirklich den Überblick Ich sehe den ganzen Vergnügungspark, den Strand und... Oh? Ein, zwei, drei, vier Hündchen Ha! Kein Wunder, dass ein Hündchen an zwei Orten gleichzeitig aufgetaucht ist Naja, jetzt wird uns kein einziges von ihnen mehr entwischen Okay, Leila, ich sehe dich und das Hündchen vor dir aus der Luft Wenn du nach links gehst, schneidest du ihm den Weg ab und erwischt es vor dem Pier Polly, mit deinen Anweisungen hatte das Hündchen keine Chance Das hat toll geklappt Und wie das geklappt hat So gut, dass wir alle ein Hündchen gefangen haben Aber wieso? Wie kommt es, dass es plötzlich so viele Hündchen sind? Weil es von Anfang an so viele waren Da, bitte Die Hündchen! Wartet einen Moment Meine Mami hat eine Belohnung für euch Oh, die Hündchen sind wieder da Das muss ich Mami sagen Huch, ihr habt die Hündchen gefunden Ich glaub's einfach nicht Wer seid ihr denn? Die Hündchen, sie sind wieder da Das muss ich Mami sagen Äh, kann mir jemand erklären, was hier läuft? Ach du meine Güte Ihr habt die Hündchen meiner Mädchen gefunden Aha Vier gleichaussehende Hündchen Für vier gleichaussehende Pferlinge Habt vielen, vielen Dank Ich hole euch eure Belohnung Oh, nicht nötig Die Hündchen sind wieder zu Hause Das ist für uns die schönste Belohnung Und außerdem haben wir ja noch einen ganzen Tag im Vergnügungspark vor uns Naja, einfach war es nicht Aber Ende gut alles Äh, Polly? Oh, das Ganze nochmal von vorn Hi, ich bin Polly Pockets Und das hier ist Pollyville Der beste Ort für den besten Tag aller Zeiten Take a look around your ordinary world Shake it up with this extraordinary girl Let's go Polly, let's go Polly She's here to change your ordinary view She'll make it exciting and new Let's go Polly This is Polly Let's go Polly Let's go Polly Hi, ich bin Polly Pockets Bestimmt wollt ihr wissen, warum ich hier so schnell durch Pollyville düse Und das mit 37 Luftballons, 59 Stühlen und einem Rund Also, alles fing heute Morgen an Und alles war eigentlich wie immer, wenn Man mit den besten Freundinnen eine kleine Modenschau im Garten veranstaltet Oh, was für ein Reinfall Nun komm schon, Leila Wir machen diese Modenschau doch nur zum Spaß Genau Und was macht mehr Spaß als Perfektion zu erreichen? Was kann schon passieren? Wir brauchen doch nur den Laufsteg entlang zu laufen Dabei kann man doch nichts falsch machen Oder etwa doch? Und ob, Lea Das Laufsteglaufen ist eine Kunst Richtige Models üben Jahre für den perfekten Lauf Seht her Selbst ich hab damit noch Schwierigkeiten Ach, wenn unsere Modenschau wirklich perfekt werden soll Müssen wir uns auf einfachere Schritte beschränken Aber keine Angst Wovor denn auch? Alles wird gut Ich fand das alles jetzt schon gut Schließlich habe ich den hier Meinen Glückspringer Was für ein hübsches Armband Bringt es dir wirklich Glück? Ich bin mir nicht sicher Ich trage es nur bei großen Ereignissen Und das hier ist ein großes Ereignis? Ich dachte, es wäre nur eine Modenschau im Garten Ha, wenn es um Mode geht Ist jedes Ereignis ein großes Ereignis? Alle auf ihre Position Willkommen zur ersten alljährlichen Pollyville Gartenmodenschau Die Mädchen tragen ultra schicke Outfits Alle entworfen von unserer Chrissy Unser erstes Model ist Lila Und wow Bei ihr merkt man wirklich, dass sie weiß Wie man sich auf dem Laufsteg bewegt Nein, so müsst ihr gehen Macht mir einfach alles nach Wir haben wirklich alles nachgemacht Hey, wir waren ziemlich gut Und außerdem haben wir jetzt einen Grund Den Friseur zu besuchen Um den Dreck abzuspülen Ich fand, die Zuschauer waren echt begeistert von der Show Ein Reinfall war das bestimmt nicht Hoffentlich gebt ihr mir keine Schuld Für das, was passiert ist Absolut nicht An mir kann es auch gar nicht gelegen haben Wenn es um Mode geht Mach ich nämlich nie einen Fehler Komm schon, jeder macht mal Fehler Äh, ich nicht Ich überleg die ganze Zeit, warum es nicht perfekt gelaufen ist Aber ich find einfach keine Erklärung Ich hab's Es lag bestimmt an meinem Armband Wie meinst du das? Naja, irgendwie hat es mir diesmal kein Glück, sondern Pech gebracht So etwas wie Pech gibt es nicht Wissenschaftlich gesehen Doch, das würde alles erklären Denn meine Schuld war es garantiert nicht Ich nehm's jetzt ab Dann werdet ihr's schon sehen Oh, der Verschluss klemmt wahrscheinlich durch meinen Sturz Lila! Oh nein! Schnell, Schorni, dreh das Wasser ab Ich wollte es nicht glauben Aber es ist wirklich wahr Ist schon gut, Lila Selbst du bist nicht perfekt Was? Was? Nein! Ich meine, ich hatte recht Dieses Armband ist verhext Es bringt mir wirklich Pech Ich wiederhole So etwas wie Pech gibt es nicht Wissenschaftlich gesehen Ja, du brauchst wahrscheinlich nur einen Ortswechsel Kommt, gehen wir Ich darf nicht rausgehen damit Sonst trifft mich noch ein Blitz Oder ein Klavier fällt mir auf den Kopf Nie im Leben Du hast gut lachen Der hängt kein Armband am Handgelenk fest, das dir nur Pech bringt Ich mach keinen Schritt vor die Tür Geht schon mal vor, ich hole sie Lila, alles gut bei dir? Jetzt schon Ich hab einige Accessoires gefunden, die mich retten werden Meinst du, die verändern etwas? Auf jeden Fall dein Aussehen Oh nein, nur kein Spiegel Ich könnte ihn zerbrechen Dann hätte ich nur noch mehr Pech Du machst dich absolut lächerlich Mit all den vierblättrigen Kleeblättern und den Hufeisen Ich weiß, ich weiß Ich sehe Total daneben aus Oh Polly, du musst mir helfen Keine Sorge, wir lösen das Problem anders Aber wie denn nur? Mir könnte eine schwarze Katze über den Weg laufen Komm einfach mit Hey, das sitzt wirklich bombenfest Wenn du das Armband schon nicht abkriegst Überzeugt Lila bitte wenigstens davon, dass es ihr kein Pech bringt Na klar doch Schließlich gibt es so etwas wie Pech einfach nicht Wissenschaftlich gesehen Genau Alles passiert rein zufällig Naja, schön Und kannst du das Lila rein zufällig auch wissenschaftlich beweisen? Oh, am besten geht das mit Kartenspielen Hier mit diesem Kartenroboter Die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt oder verliert, beträgt jeweils 50% Ohne jede Ausnahme Weil es Glück oder Pech nicht gibt Seht nur Kartenrobot gewinnt Okay, jetzt wird also Lila gewinnen Kartenrobot gewinnt Okay, dann diesmal Kartenrobot gewinnt Kartenrobot gewinnt Kartenrobot gewinnt Ja, Kartenrobot Kartenrobot gewinnt Das ist noch nie passiert Das ist der Beweis Mein Armband ist verhext Und das beweist auch, dass ich überhaupt keine Schuld hatte Dieses Armband besiegt sogar die Wissenschaft Dann vergessen wir einfach die Wissenschaft Dieses Armband hat dir doch nie zuvor Pech gebracht, oder? Du meinst vor unserer Modenschau? Nein Und deine Theorie dazu, Polly? Bei der Modenschau muss irgendetwas passiert sein, das all die Probleme für Lila verursacht Wir müssen das rückgängig machen Ja Aber wie? Indem wir genau das gleiche machen wie heute Morgen, nur in umgekehrter Reihenfolge Wir müssen einfach nur alles wieder so herstellen, wie es war Das dürfte ganz einfach... Unmöglich sein Schade, Polly Gegen mein Pecharmband sind wir einfach machtlos Hey, du bist doch diejenige, die an Glück glaubt Ich glaube, ein Mädchen kann alles schaffen, wenn sie ihre ganze Fantasie dafür einsetzt Gut, was hast du für einen Plan, Polly? Chrissy, du und Lea, ihr sucht uns einen anderen Ort für die Modenschau mit einer Bühne und Beleuchtung Johnny, du trommelst die Leute zusammen Das wollt ihr alles tun? Für mich? Nach all dem Ärger, den ich... Ich meine, mein Armband verursacht hat? Natürlich Ja, wir sind vielleicht nicht perfekt Aber perfekt braucht man nicht zu sein, wenn man Freundinnen hat So, damit wären wir wieder in der Gegenwart Ja, das sieht gut aus Ich verabschiede sie zu unserer ersten alljährlichen Pollyville umgekehrt Modenschau Schlussapplaus bitte für unsere Models Und hier verlässt uns Leila, der Star unserer Modenschau Leila? Ich kann nicht Nicht vor all den Leuten Sie können dich doch gar nicht sehen Sie sitzen verkehrt rum, weißt du doch Oh, wie soll ich das nur hinkriegen? Bei all meinem Pech könnte ich noch nicht mal vorwärts perfekt gehen Du brauchst nicht perfekt zu sein Du hast auch uns Ich hab's vermasselt Es war eine Katastrophe Und das ist gut so Wieso ist das gut? Du hast deinen Fehler schon gemacht Also ist Perfektion nicht mehr möglich Nun bleibt nur noch eins Habt einfach Spaß Aber mit dem Armband kann ich das nicht Aber ihr werdet nicht lockerlassen, stimmt's? Wir passen auf, wenn du stolperst Versuch's einfach Macht sie da etwa Schrägschritte? Nein, es sind natürlich Schrägschritte rückwärts Ja, geht das denn überhaupt? Sieht ganz so aus Ich hab's geschafft Naja, perfekt war es nicht Aber du warst großartig Das stimmt total Ich hab das Armband besiegt Nanu, was ist das denn? Es hat sich bei meinem Sturz wohl geöffnet Also, ich weiß nicht Vielleicht hat es mir ja vorher gar nicht so viel Pech gebracht, wie ich dachte Aber woher kamen dann deine Probleme? Ich glaube, ich war es selbst Weil ich dachte, ich müsse perfekt sein Aber wisst ihr was? Wer muss schon perfekt sein, wenn man Freundinnen hat? Wie schön, endlich hast du es kapiert Mit etwas Fantasie kann ein Mädchen alles erreichen Sogar Schrägschritte rückwärts Na schön, ein bisschen Übung gehört auch dazu Danke, 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 danke Danke, danke, danke Habe ich Ich bin gespannt Keine Angst, Polly, ich komme Geh, gib mir die Kekse Das war knapp Fast hätte es die Kekse erwischt Ich bring sie lieber schnell ins Haus Hier kommt die nächste Ladung, Polly Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum ich hier fliegende Kekse fange Ich sage euch, es gibt einen guten Grund dafür Und alles für einen guten Zweck Oh, wann ist Polly denn endlich mit ihren Keksen fertig? Wenn mich mein hundertprozentiger Geruchssinn nicht täuscht Ist es gleich soweit Drei, zwei, eins Wer möchte einen Keks? Gut, hier ist eine für dich, für dich, für dich und für dich Deine Haferflockenkekse sind reine Kunstwerke, Polly Sie hat recht Er scheint deine Kekse nicht zu mögen, Polly Aber er ist der einzige Oh, die sind so absolut wunderbar Absolut schrecklich Lea? Was ist passiert? Es geht um den Pollyville Park Ich weiß, es läuft schon seit einiger Zeit eine Spendenaktion Damit eine Schaukel für den Kinderspielplatz gekauft werden kann Ja, aber es ist einfach nicht genug Geld zusammengekommen Und heute Abend läuft die Frist ab Das heißt, es wird nichts mit der Schaukel? Wie schrecklich Ich möchte irgendwie helfen, solange noch Zeit ist Aber ich habe einfach keine Idee, wie man das Geld so schnell zusammenbekommt Oh, hier ist ein Keks Das hebt die Stimmung Oh, ich glaube, das schafft kein Keks Hey, der ist wirklich lecker Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Na klar! Ja, dass Rubidium ein alkalisches Metall ist Ich habe keinen Schimmer, aber das zählt als Ja Ich brauche noch eine kleine Aufmunterung Kannst du vielleicht noch ein paar mehr von deinen Keksen backen, Polly? Mit Sicherheit, aber nicht für dich Denn wir werden sie verkaufen und sammeln damit das Geld für den Park Du bist die Beste, Polly Aber du musst dich beeilen Die im Park brauchen das Geld spätestens heute Abend Rein rechnerisch ist es ganz einfach Wenn wir viel Geld sammeln wollen, Polly Musst du viele Kekse backen Aber ich habe nie mehr als 10, 12 Stück auf einmal gebacken Ich werde Hilfe brauchen Ich könnte schnell meine Helfer-Robotine holen Nein, danke, Shawnee Deine Robotine ist eine unglaubliche Maschine Aber ich backe ausschließlich in Handarbeit Und wenn ihr alle mit anpackt, können wir in kürzester Zeit jede Menge Kekse backen Da gibt's nur ein Problem, Polly Naja, niemand von uns weiß, wie deine Kekse gebacken werden Dann nutzen wir, was ihr schon wisst Shawnee, du weißt mehr über wissenschaftliche Dosierungen als sonst jemand hier Völlig korrekt Also wirst du die Zutaten abmessen Chrissy, du bist die beste Künstlerin in der Stadt Deine Aufgabe ist, die Kekse zu verzieren Wird gemacht! Was ist mit mir? Es gibt doch bestimmt eine wichtige Aufgabe, die jemand mit meiner Klasse und meinem guten Geschmack übernehmen kann Ja, mit deinen außergewöhnlichen Qualitäten wirst du unsere Geschmacksexpertin Also Leute, fangen wir an! Mh, lecker! Voila, die Kekse! Was duftet hier so? Bringst du das aus? Oh, die sind auch Wie das duftet Mh, Kekse! 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 Reicht leider nicht für die Kinderschaukel Und hier noch eine schlechte Nachricht Seht nur! Wir sind ausverkauft Und jeder, der Kekse gekauft hat, möchte noch mehr Und anscheinend haben viele ihre Freunde mitgebracht Warum sollen das denn schlechte Nachrichten sein? Bei so vielen Kunden könnten wir noch tausende von Keksen verkaufen Ja, und dann bekämen wir genug Geld, damit die Kinder ihre Schaukel bekommen Oh, meinst du, das können wir wirklich schaffen, Polly? Ich weiß, dass wir es können Lea, du bleibst hier Und sorge mit allen Mitteln dafür, dass die Kunden bleiben Wir anderen kaufen mehr Zutaten, backen viele Kekse und sind so schnell wie können wieder da Wir haben bereits alle Vorräte bei mir zu Hause aufgebraucht, deshalb habe ich eine Einkaufsliste gemacht Okay, dann schnappen wir uns mal das ganze Mehl, das es hier gibt Äh, welches Mehl denn? Oh nein, es ist ausverkauft Hier gibt's fast gar nichts Wenn mich meine hundertprozentige Beobachtungsgabe nicht täuscht, fehlt in diesem Laden all das, was wir brauchen Jetzt nur keine Panik Aber die Zeit rennt uns davon Gut, dann teilen wir uns auf Geht in jeden Laden den Pollywild, der euch einfällt Irgendwie kriegen wir die Zutaten schon zusammen Dann geht's Dann geht's Das war's. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe mit dem Hund wohl lieber wieder nach Hause. Oh nein! Bitte nicht weggehen! Ich habe noch ein Lied für Sie. Old MacDonald hat ein Haus. Oh, warum singt Sie jetzt ein Lied? Da schaut ein Hund zum Fenster raus. Ich habe nur das hier gefunden. Wir haben nicht genug Zutaten. Was machen wir denn nun? Was können wir denn machen? Kein Mensch kann daraus genügend Kekse backen. Absolut richtig. Das kann wirklich kein Mensch. Und deshalb habe ich Shawnee gebeten, etwas von zu Hause zu holen. Eine Helferrobotine. Ich habe mir erlaubt, die internen Schaltkreise der Robotine so zu verändern, dass sie jede organische Substanz in die gewünschten Zutaten transformieren kann. Sie kann jedes Lebensmittel in Zutaten verwandeln, die wir für unsere Kekse brauchen. Wer damit? Ihr habt's gehört. Schnappt euch alles, was geht. 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 Oh! So make it exciting and cute. Let's go! Let's go, Polly! This is Polly! Let's go, let's go, Polly! Hab ihn! So, und damit wären wir wieder am Beginn unserer Geschichte. Ich muss schon sagen, diese Robotine produziert Kekse wirklich wie am Fließband. Warum haben wir sie nur nicht eher eingesetzt? Der schmeckt ja schrecklich! Lass mich das beurteilen. Schließlich bin ich, du Geschmackstesterin hier. Du meine Güte! Wir sind ja ekelhaft. Wir müssen von vorn anfangen. Unmöglich! Polly hat nicht mal mehr einen Tropfen Senf oder Ketchup. Es gibt keinen Nachschub mehr für die Helfer-Robotine. Und auch nicht mehr genug Zeit, bevor die Frist abläuft. Sieht so aus, als bekämen die Kinder ihre Schaukel doch nicht. Glaub mir, die magst du nicht. Ihm scheinen sie doch zu schmecken. Ja, das ist schön für ihn. Aber wir werden wohl leider kaum Leute finden, die so verrückt nach diesen abscheulichen Keksen sind wie er. Du hast recht! Uns Menschen schmecken diese Kekse bestimmt nicht. Und warum freust du dich dann so? Weil ich weiß, was wir mit diesen Keksen anfangen können, damit die Kinder ihre Schaukel kriegen. Tada! Ich habe anscheinend richtig Talent für Stepptanz. Ihr habt's geschafft! Die Kekse sind rechtzeitig fertig. Naja, es ist nicht so, wie du denkst. Wie? Was hat sie gesagt? Wie war das? Merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Ihr habt Hundekekse gebacken? Keine gewöhnlichen Hundekekse. Meine kleine Janie hier fand noch nie etwas so lecker. Ich wollte hier eigentlich Kekse für mich kaufen, aber wenn ich sehe, wie sehr sich Janie über diese Leckerli freut, gebe ich gerne Geld für sie aus. Wie ich immer sage, alles ist möglich, wenn ihr eure Fantasie einsetzt. Am Anfang gab's Probleme mit unserem Kekse-Buzzer, aber wir haben daraus einen riesen Erfolg gemacht. Wir haben genug Geld gesammelt und in der vorgesehenen Zeit. Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin rundum begeistert. Hi, ich bin Polly Pocket und das hier ist Polly Will. Der beste Ort für den besten Tag aller Zeiten. Auf den ersten Blick wirkt alles vielleicht etwas langweilig, aber seht mal genauer hin. Hier gibt es viel zu entdecken. In keiner anderen Stadt geht ein schneller Besuch beim Friseur. So schnell! Ja, Polly Will ist großartig, aber es wird jeden Tag großartiger. Zwei neue Mädchen sind hergekommen. Eine kommt aus der Großstadt und die andere kommt vom Land. Und beide werde ich genau jetzt treffen. Hi, ich bin Polly Will. Äh, hi, ich bin Leila. Und ich bin Lea. Äh, warum das Spruchband? Ja, wer organisiert denn eine Willkommen-zu-Hause-Party für zwei neue Mädchen? Ich! Polly Will ist euer neues Zuhause. Und wie könnte man euch besser begrüßen als mit einer Party? Hey, nicht so schnell! Zuhause? Ich bin gerade erst angekommen. Entschuldigung, aber wer weiß, ob ich hier bleibe. Naja, Polly Will sieht ganz nett aus, aber... Mir fehlen schon jetzt die Felder und Farmen wie da, wo ich herkomme. Und mir die Skyline, die Wolkenkratzer, die Fünf-Sterne-Restaurants der Großstadt. Oh nein, bitte, gebt Polly Will eine Chance. Nirgends sonst könnt ihr den besten Tag aller Zeiten erleben. Ich werd's euch beweisen. Mit der besten Willkommens-Party aller Zeiten. Für euch beide. Ihr werdet sehen. Ach, ist das toll! Ja, wow! Aber bei dieser Party scheint etwas Wichtiges zu fehlen. Ich weiß nicht, wie er das hier macht, aber zu einer Party in der Großstadt gehören... Naja, Gäste. Oh, die sind längst eingeladen. Aber ich wollte, dass ihr die Ersten seid, damit ihr das Essen und die Musik aussuchen könnt. Ihr sollt euch hier möglichst schnell einleben. Und damit ihr euch wirklich in Polly Will willkommen fühlt, feiern wir die beste Party aller Zeiten. Ich weiß nicht. Nun kommt schon. Okay. Wow! Wow, ich kann mich auflegen! Zuerst das Essen! Ich kenne einen Diner, da gibt's einfach alles. Wir bestellen, was ihr haben wollt und dann geht's weiter. Ähm, nein. Das mag ich nicht. War wohl nichts. Na gut. Wie wär's mit Truthahn? Äh, mir fällt nichts mehr ein. Orientalischer Dip? Hey Rick, ich hab's! Pizza! Jeder mag doch Pizza! Super! Gut! Und was wollt ihr als Belag? Salami, bitte! Ähm, kein Fleisch, bitte. Ähm, Auberginen? Zu vegetarisch. Satellen, bitte. Ihh, zu fischig. Das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt. Okay, vergessen wir vorerst das Essen. Wollen wir die Musik aussuchen? Da werden wir uns bestimmt schnell einig. Ist doch klar, für eine richtige Party ist natürlich lauter Rackmusik. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man die Klänge der Natur hören möchte. Oh, zu leise. Stimmt nicht. Okay, vergessen wir vorerst das Essen und die Musik. Wir suchen jetzt etwas aus, das allen Spaß machen wird. Wie wär's mit einer Verwöhnt-Party? Oh ja. Na also. Ich liebe es, verwöhnt zu werden. Oh, nehmen wir uns Haarbürsten? Toll. Ich bürste dein Haar mit meiner und du dann meins mit deiner. Vergessen wir's. Meine Freundin Chrissy ist die begabteste Künstlerin in ganz Pollyville. Wenn man eine kreative Lösung für ein Problem braucht, muss man sich an sie wenden. Vorausgesetzt, sie bemerkt einen überhaupt. Denn wenn Chrissy in ihrer Kunst vertieft ist, vergisst sie alles um sich herum. Dann muss man aktiv werden. Hey Polly, ich hab dich gar nicht reinkommen sehen. Ich arbeite gerade mit einem fantastischen neuen Material. So etwas hab ich noch nie gesehen. Und ich hab schon alles gesehen. Was soll das denn werden? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird es mein Meisterwerk. Oder doch nur mein Mittagessen. Kartoffelbrei. Oh, wie aufregend modern. Und biologisch abbaubar. Danke. Chrissy, wir brauchen deine Hilfe. Ja? Okay. Hat dein kreativer Kopf eine Idee für eine krasse Party? Für Layla und Lea, die nie der gleichen Meinung sind? Ja doch. Und was wäre das? Eine Kunstparty natürlich. Das ist eine tolle Idee. Dann lasst uns anfangen. Ich besorge Papier und ein paar Filzstifte. Und ich besorge Farbe. Und Kittel. Und ich frage meine Eltern, ob sie uns ein paar Kunstwerke aus ihrer Sammlung leihen. Und ein paar ihrer Künstlerfreunde lade ich zum Empfang ein. Und dann machen wir noch Limousinen für die Kritiker. Was? Meintest du nicht Kunstparty? Es tut mir leid, Polly. Aber wie es scheint, können wir beide uns auf absolut nichts einigen. Das ist das Erste aus deinem Mund, dem ich zustimme. Es ist nicht deine Schuld, Polly. Vielleicht ist Pollyville der falsche Ort für uns. Wartet. So schnell gebe ich nicht auf. Was sagt die Uhr? Huch. Nicht nur viel Zeit bis zur Party. Los, kommt. Meine Freundin Scharni hat bestimmt eine Idee. Sie ist ein absolutes Genie. Schließlich hat sie einen Raketenantrieb für diesen Scooter konstruiert. Sie ist ein Runderspiel. Das ist ein Runderspiel-Raketenantrieb. Lea und Leila, das ist Scharni. Scharni weiß eine technische Lösung für jedes Problem. Sie hat den IQ einer Hochbegabten. Stürzt dich, dass ich mit dir angebe? Nein, wieso? Ich kann es ja auch beweisen. Auf diesem Schaubild seht ihr die harten Fakten. Schon in Ordnung. Eigentlich brauchen wir deine Hilfe für ein Riesenproblem. Riesenproblem? Kein Problem. Hier drin findet sich mit Sicherheit die Lösung für jede eurer Schwierigkeiten. Was habt ihr für ein Problem? Ein astrologisches, biologisches oder mythologisches? Überlass die Lösung mir. Ich habe bestimmt das richtige Gadget dafür. Großartig. Ich will eine Party geben, die zwei Personen, die sich auf nichts einigen können, am Ende ganz wunderbar finden. Dafür habe ich wohl keine technische Lösung. Tut mir leid, Polly. Proton, Photon, Elektron. Damit kann ich helfen. Aber Partys? Ich glaube, eine Lösung für das Problem wird man nie erfinden. Schon in Ordnung, Shawnee. Ich weiß, irgendwo in Pollyville muss es etwas geben, mit dem euer Willkommen absolut perfekt wird. Und wir werden es finden. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh nein. Das beste Willkommen aller Zeiten ist heute gar nicht mehr möglich. Deiner Tag ist zu Ende. Tut mir echt leid. Was tut dir leid? Ja, es war doch der beste Tag aller Zeiten. Ja, das finde ich auch. Wirklich? Das findet ihr? Ja. Ja. Wir haben alle kennengelernt. Und alles gesehen. Alles an einem Tag. Ich kann mir kein besseres Willkommen in Pollyville vorstellen. Ich mir auch nicht. Morgen müssen wir unbedingt wieder den Salon besuchen. Unbedingt. Und dann den Wochenmarkt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also ihr bleibt? Alle beide? Na klar. Warum sollten wir Pollyville verlassen? Pollyville ist unglaublich. Wir fühlen uns schon wie zu Hause. Und das wegen dir, Polly. Oh, gut. Und nach dem Wochenmarkt besuchen wir am besten... Gut. Vielleicht war alles nur ein Zufall. Aber ich hab's hingekriegt. Das beste Willkommen aller Zeiten für alle beide. Danke nochmal, Polly. Für alles. Oh, na dann. Gute Nacht. Ja, morgen ist ein großer Tag. Und wir sind geschafft. Ich auch. Und jetzt ab nach Hause. Für den tiefsten Schlummer aller Zeiten. Wir haben es verdient. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Ist ihr einen tollen Tag? Ach ja, die Party. Die hatte ich ganz vergessen. Ich auch. Und nach diesem tollen Willkommen für uns heute sind wir fix und fertig. Aber was ist mit der Willkommensparty? Da es schon so spät ist und wir unsere Augen kaum offen halten können, sehe ich nur eine einzige Möglichkeit. Wir machen daraus die beste Pijama Party aller Zeiten. Polly, Polly, vai ser o melhor dia de todos, vai ter muita diversão, porque quando estamos juntas, cada dia é sempre o melhor, todo dia é como velhas aventuras, yeah.